Herzlich Willkommen zum Recycling Center Simulator der Demo und wir schauen mal was uns erwartet. Okay. Na wenigstens noch mein Computer. No bad days. Ich hab viele, viele Ordner. Fette, fette Ordner. Let's go outside and find the boxed machine. And now build it on the proper area. Proper. Build. Cool. Das geht ein bisschen. Okay. Scrap, open your computer to find solidary scrap deals. If you want to lower the price, you can only have one active deal at a time. So. Computer, scrap, deals. Okay. Wollen wir dealen? Ja, wir dealen mal. Get into your truck and move to scrap area. Oh. Ich dachte, wir können Get into your truck. So. Oh Gott sei Dank, wir müssen nicht selbst fahren. Oh. Cool. Ach, ich darf alles mitnehmen? Das ist ja cool. Kann ich das Schild auch mitnehmen? Nein. Okay. Cool. So. Zack. 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 Ich hoffe, das lohnt sich auch. Ich hoffe, das lohnt sich auch. So. Pack your trash bag and throw in the truck bodies. Ah, leop. Cool. jetzt bin ich wieder leer 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 so sonst noch irgendwas komplett kann doch die regale noch mitnehmen okay ab nach hause es wird gearbeitet wo kommt das denn her put the waste that you cradle in front of the baggage and let them go inside the sorting machine okay Hallo? Sorting worker? Was? Hätte ich gedacht, das fällt runter, aber zum Glück nicht. Cool. So, grab the sort of first box of paper. And throw it in the correct machine entrance. Oh, komm ich hier rum? Nein! Gibt's doch nicht. So. 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 Mitkarton. So. 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 Okay. So. 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 Wir haben erst Papier, nur Papier, Papiermaschine. hier. So. 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 hier. So. 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 Dann. So. Dann. Okay. So. 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 Enter marketplace from your computer and insert offers for your product waste marketplace. Marketplace. Paper. Okay, Paper Parts. So. Pause Offer. Ach so, ich kann entscheiden, wie viele ich da dann sehen. Hat halt den besten Preis, gell? Sehr. Cool. Bevor für High Value Orders open your computer, klick the contracts button to fund customers. Okay. So. Plastik. Plastik Parts. Ah, okay. Wir können das einfach so verkaufen. Ne, so viel haben wir nicht. Ne. Wo sind die 1 da? So. Wir haben schon Plus gemacht. Cool. Ja, je besser wir das recyceln, desto bessere Preise kriegen wir halt. Okay. To fulfill High Value Orders, open your computer, klick the contracts. Ja. Contracts have limits. Ach, muss ich jetzt alles verkaufen? Neun. Gut. Äh. Wood. Neun. Glass. Haben wir auch neun. Und Plastik. Haben wir auch neun. Haben wir auch neun. So. 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 Soft man nix mehr haben. Naja, fast nix mehr. Naja, fast nix mehr. Ja. To fulfill. Open your computer to click the contract. Ah, okay. Äh. Contract. Find customer demands for recycling materials. Contracts have time limits. Okay. Nehmen wir mal das kleinere. Hello, I can give. Wie wärs mit drin? Okay. Agreed. Okay. Jo. So. Der will also 48. Buy and build a new machine to expand your product range. Machines. Okay. Machines. so dunkel so eine maschine kann ich die umstellen so perfect you can go to your bed and sleep you cannot scrap these will come when you sleep okay dann contracts okay oh viel papier hier sind 40 nice price agreed kann ich denn auch gleich hier ich muss erst eins abarbeiten ok abmarsch so schade kann ich dich mitnehmen so hier draußen klatsch ich nur eine alfa wand und da auch okay so das geht nicht auch nicht ran so ist auch noch Müll okay der Rest ist wahrscheinlich oben das war's huch hätte er klappen können so Plastik haben wir fertig so 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 fast Fast. Ne, jetzt nix. Ah, na, sie juckt. Ah, so. Dann hier hinten. Zack, zack, zack. Wo habe ich das denn hingeschmissen? Fast. Nio, hui. So. Und das noch. Und das, und das, und das. Aua. So. Wir haben alles. Gut, ab nach Hause. So. Natürlich einfacher. Muss nur zielen. Dann geht es auch von hier aus. Oh, das war nicht gut gezählt. So. Dann, aufmarsch. Das war's. die 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 tante so so dann hole ich mir eine Palette. Und schmeiß die schöner drauf. Einmal hoch. So, das sind 20. Huch, wieso geht die runter einfach so? So, dann runter damit. So, Palette. Einmal hoch. So, weg damit. Dann Strap Deals. So, Buggeln. Spilabber, was sagst du, wenn ich nur 55 zahlen will? Hm, okay. Cool. Deal. Krass. Taken. So, dann, äh, fahren wir mal los. So, einmal auf, einmal auf. Hä? Wieso sind wir schon wieder hier? Perfekter Wurf. Arrbeja. So, nach drüben hin. Sack. Moin. Wir hatten hier gehaust. Ei, 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 ei. Wieso kriegt man aufräumen und spielen besser hin als in der eigenen Wohnung? Hm. Hm. Aber nur solche kleinen Dinger. Gib mir mal was Großes hier. Tschö. Boa. Boa. Boah. Hm, nee, so. Wir sind fertig. Zack, zack. Und nach Hause. Gut, dass wir nicht selbst fahren müssen. So, einmal sortieren. Zack, zack. Zack, zack. Ja, passt ja eigentlich einiges rein. Obwohl die zwei sind fast voll. Aber gibt es bestimmt keine Dinger mehr, oder? Muss ich schlafen gehen? Nee, gibt keine mehr. Maschinen, 400 Cs, DAF? Ja, nee. Irgendwo schlafen gehen? So. Ich will nicht arbeiten. Alle so anstrengend. So. Wieso gibt es hier nichts mit Papier? So. Gott, da sieht er schon abdachlos aus hier. Ich will dir aber eine 100 geben. Was ist damit? Wie wär's mit 110? It is so creep. 120. My last offer. Nice price, irgendwie. Ja. Kannst du mal gucken. Ja. Sieben Prozent, vier Prozent. Pressed paper. Na gut, dann bauen wir nochmal. Zack. Einen in den Karren. So, zack, zack. Ich bin auch schon wieder hier. Ei, 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 ei. So. So. Dann andere Seite noch. Perfekt. Na, fast. Sorry. 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 Sorry, dass wir so eine Unordnung gemacht haben. Ei, 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 ei. Komm her. Komm her, kleine Bratpfanne. Oh Gott, wie viel Müll. Das ist ja ein Traum. Hat er, hat er ein wahrer Traum. Oh. 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 Perfekt. Okay. Geronimo! Okay, das war's. Glaubt nach Hause. Glaubt, super! Oh! So. Mein Müllimperium. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020